Medizin- und Lebenskunstakademie Thai-Massage-Ausbildung Osteopathie- und Qigong-Seminar Phuket, Thailand Die Medizin- und Lebenskunstakademie hat ihr Ausbildungsportfolio für die Schüler der Akademie bis zum wunderschönen Thailand erweitert. Eine Gruppe von etwa 30 Teilnehmern reiste im vergangenen Oktober nach Thailand. Wir starteten den Tag mit Übungen aus dem medizinischen Qigong. Der tolle Blick auf die Natur und die Ruhe haben uns mit Freude und Energie für den ganzen Tag versorgt. Wir haben das morgendliche Training als Tuning und Retreat erlebt. Mittelpunkt der Reise war ein eigens für die Medizin- und Lebenskunstakademie organisierter Thai-Massage-Kurs unter der Obhut des thailändischen Gesundheitsministeriums. Der Thai-Massage-Kurs war organisiert mit einem Skript in Deutsch und in Englisch. Jedes Schülerpaar hatte einen direkten Trainer. Die ganze Gruppe wurde zusätzlich von einem Supervisor überwacht. Auf diese Weise konnten wir trotz der relativ kurzen Zeitspanne von fünf Tagen die Grundprinzipien der Thai-Massage erlernen. Ja, wir konnten sogar einige der fortgeschrittenen Techniken dieser Kunst in einer sehr konstruktiven und effizienten Weise aufnehmen. Der Kurs schloss mit einem offiziellen thailändischen Zertifikat ab. Musik 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 Morgens vor dem Kurs gab es Unterricht in medizinischem Qigong direkt am Strand. Hier ging es darum, die eigene Gesundheit zu unterstützen, die Hirnneigungen und deren Auswirkungen auf den Körper zu verstehen, sowie die Möglichkeiten eines Selbstcare-Programms für die Patienten zu erlernen. Das Viersterne-Hotel war nur für unsere Gruppe reserviert, war mit zwei Pools und direktem Zugang zum Privatstrand des Hotels ausgestattet. Wir hatten Vollpension. Es gab abwechslungsreiche, eigens zubereitete thailändische Gerichte. Musik Abends versammelten sich die Schüler dann im Hotel und konnten Themen der östlichen und westlichen Medizin erfahren. Eine Integration des Thai-Massage-Kurses in die osteopathische Ausbildung, die die Akademie in Deutschland anbietet. Jeder Therapeut sollte mit unterschiedlichen Techniken und Herangehensweisen vertraut sein. Die Akademie unterstützt integrative Arbeit mit verschiedenen Systemen. Musik Alle haben die Gelegenheit genutzt, die tolle Landschaft dieses schönen Landes zu erkunden. Es gab die Möglichkeit, einen Tagesausflug zu verschiedenen Inseln, Korallenriffs und auch anderen Attraktionen zu machen. Insgesamt war es eine tolle Gelegenheit, eine absetzbare Studienreise und einen Urlaub zu kombinieren. Musik Der Kurs war sehr schön. Wir hatten eine super Kursleiterin. Die haben sich sehr bemüht um uns und haben uns wirklich technisch und toll gelernt. Wir haben effektiv was gelernt und können das schön und schön in unsere öfter Kursleiterin arbeiten. Es war alles sehr schön, was ich auch in der Praxis bei mir dann umsetzen kann. Wir haben ganz nette Gruppe gehabt. Thaimassage, also das kann ich super in meine Arbeit integrieren. Also ich finde das teilweise sehr effektiv und eine gute Ergänzung zu der Therapie, die wir in München gelernt haben. Viel Dettei kurz für dich. Wir werden diese Fortbildungsmöglichkeit auch in Zukunft immer wieder anbieten. Bitte besuchen Sie unsere Homepage unter www.osteopathen-ausbildung.de slash Terminübersicht